Für mich ein wichtiger Punkt, ich habe mir das genau angeschaut auch, dass ich nicht meine Persönlichkeit aufgeben muss dadurch, sondern dass wir authentisch arbeiten können und auch unseren Arbeitsstil umsetzen können, so wie wir uns das vorstellen. Und das macht auch mehr Freude und Spaß und das ist der Garant für die Zukunft und für unseren Erfolg.